Heute bin ich bei Bente Stehen in Hothmarschen. Hallo Vio, schön, dass du mich heute besuchst. Was kann ich denn für dich tun? Ich wollte mal sehen, wie man ein Zimmer richtig schön gestalten kann. Na komm, dann gehen wir mal los. Du hast hier total niedliche Sachen. Das stimmt, danke. Aber damit ein Zimmer so erst so richtig schön werden kann, zeige ich dir jetzt mal ein paar Stoffe. Und daraus kann man dann alles Mögliche herstellen. Bettwäsche, Vorhänge, Faltrollos. Und dann passt das auch so, wie es dir gefällt, zu deinem Teppich oder deinem Möbel, was du in deinem Zimmer stehen hast. Guck mal Vio, wie findest du denn diesen Stoff? Ja, das ist alles total süß, aber ich glaube, das ist nichts mehr für mich. Ja, da hast du recht. Aber die meisten Kunden, die hier reinkommen, die suchen etwas für ihre Babyzimmer aus. Und dann werden die Kinder größer und dann gibt es auch für die größeren Kinder noch andere Stoffe. Wie findest du denn diesen Stoff hier? Der ist richtig cool. Siehst du, also habe ich auch doch was für dich da. Und wenn ich dann einen Stoff ausgesucht habe, was machst du dann? Dann komme ich zu dir nach Hause und dann messe ich dein Zimmer aus. Dann messe ich vor allen Dingen deine Fenster aus. Und wenn es dir dann gefällt, dann nähe ich das für dich. Und dann wird dein Zimmer so richtig toll. Das ist ja super. Warum kommen denn die Leute zu dir? Weil mein Daten so schön ist. Ja, aber warum denn noch? Weil ich viel Freude an Farben und Formen habe. Und das bringe ich dann zu den Menschen nach Hause. Kannst du mir mal deine Lieblingssachen zeigen? Ja, das mache ich. Der ist ja cool. Das ist Lola, unser Engelschwein. Und jedes Engelschwein hat seinen eigenen Namen. Und das gibt es kein zweites Mal. Und alle diese Sachen werden von Hand gemacht. Von verschiedenen Frauen, die meistens selber Kinder haben. Und die dann wissen, was Kinder besonders gerne mögen und schön finden. Guck mal, Bio. Das ist hier mein Lieblingsbett. Das gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben und in ganz hoch und mit Kaufmannsladen, so wie du das hier sehen kannst. Oder auch mit spitzem Dach. Wie gefällt es dir? Das ist richtig cool. Und besonders mit diesen Kästen. Der ist ja auch klasse. Willst du dich mal reinsetzen? Ja, klar. Passt so? Denn diesen Sessel machen wir auch in anderen Größen. Den kannst du so haben, dass er ganz genau zu dir passt. In der richtigen Größe und in einem Stoff, wie du ihn haben möchtest. Das ist ja cool. Schön, dass du bei mir warst. Ich hoffe, es hat dir genauso gefallen wie mir. Du hast hier total niedliche Sachen. Und am besten finde ich, dass man hier Sachen kriegen kann, die man woanders nicht bekommt. Damit du mich in guter Erinnerung behältst, gebe ich dir Flipsy mit nach Hause. Viel Spaß. Tschüss. 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 Vielen Dank.